Ich bin Ursula Martinez und seit zwei Jahren arbeite ich bei der grünen Stadt Zürich. Ich arbeite im Riedberg, im Belvoir Park und verschiedene Badeanlagen. Vor dem Winter decken wir den ganzen Garten mit Blätten, damit schützende Tropicalpflanzen, zum Beispiel die Bananen. Und jetzt im Frühling, wir decken die Laube. Wir schneiden das alte Material, damit im Frühling kommen die neuen Blätter. Da haben wir einen blauen Glockenbaum. Wir müssen auch Röte schneiden, damit man neue Blätter, große Blätter im Frühling und einen neuen Trieb. Wir machen hier in Riedberg, wie vor 100 Jahren war, eine Blumentorte. Wegen dem Jubiläum vom Gartenjahr 2016. Heute verteilen wir Erde, kommen mit dem Kompost. Und in zwei Wochen pflanzen wir ornamentale Pflanzen, wie Sukkulenten und mehrere Pflanzen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ich fahre auch den Grossflächenmäher und im Sommer, während der Saison. Ich muss früh mähen, damit die Badengäste uns sauber geschnittenen Rassen haben und mit unseren Arbeiten storen sie nicht. Wir müssen regelmäßig mindestens einmal pro Woche mähen. Dafür können wir das Schnittgut liegen lassen. Die Wechselflora-Watten helfe ich bei Anpflanzen und bei Pflegen, Gießen, Gieten, damit sie sehen immer schön aus. Hier in Belvoir oben, in unseren Blumenbett, schneide ich die Kante und pflege sehr häufig diese Blumenbett. Mir macht es Freude, dass es jeden Tag anders ist. Keine Monotonie. Manchmal ist es eine Überraschung. In diesem Beruf lernt man immer etwas Neues. Und im Frühling ist es wunderbar zu arbeiten, in einem schönen Ort wie diesem. John? Ich bin... Ja genau, kannst du einfach von vorne anbannen. Das ist gut, du musst zuerst jetzt bannen. Luft raus. Wachen, das ist die beste Minute. Wachen, das ist die beste Minute.